Zu Nebenrisiko und Wirkungen packen Sie die Lesungsbeilage und achten Sie Ihren Frag- oder AT-Poker. Hallo! Schön, dass du eingekroben bist. Moin Moin! So, Frederik! Ne? Gibst du dir wieder wasser? Irgendwie hilft da gar nichts. Ich weiß überhaupt nicht mehr weiter. Nachte ich mir schon. Ja, du wirst sterben. Oh mein Gott! Ne, Moment mal! Falsches Dokument. Ne, ist mein Herz, Frederik. Du wirst sterben. Überraschung! Juhuuu! Du wirst sterben! Ja, 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 ja. Juhuu! Komisch! Wo sind die ganzen Nuppel und? So, schauen wir mal was das Schätzen hier für W-W-In hat, ne? So, liebe Mutti. Mutti? Nee, du bist gar ganz schlecht. Ja, ich hau mein Zimmer auf. Ja! Nein, nein, schau nicht unter das Bett! Bitte, bitte! Ja, nee, ich hab genug. Ich hab einen Patienten, der verreckt morgen. Nee, der weiß das noch nicht. Ja, nee, du Mutti. Koch mir was, ne? Ich bin noch 5.000. Ja, tschö. Ja, dein Patient verreckt. Er stirbt. Ja, tschüss. So. Alles gut? Da sind ja die noch verlangt. So, Frederik. Dann wollen wir mal, oder? Ja? Was hat das gute Stück denn hier herausgefunden? Das stimmt. Entschuldigung, das hab ich jetzt nie verstanden. Ich fand's beim ersten Mal auch schon deutlich. Entschuldigung, das hab ich jetzt nicht so ganz verstanden. Das stimmt. Richtig. Ich konnte es nicht akustisch wahrnehmen. Ich hab nur verstanden, äh, ich werde. Und danach, was da kam, konnte ich nicht mehr, hab ich nicht überrissen. Entschuldigung. Oh, Frederik. Du wirst kacken gehen, du wirst schwimmen gehen, du wirst schlafen gehen. Jeder tut mal was im Leben tun und werden und in deinem Fall wirst du spüren. Alles klar, drei Wetter. Dein Möller, wenn sie sich schminkt. Ah, ich werde sterben. Ja, genau. Au. Tut mir leid. Oh, ne. Du wirst aber du. Zwei Wetter. Nice. So, liebe Freunde, das war's jetzt vom Video. Teilt es auf jeden Fall mit euren Freunden. Wenn ihr es makaber fandet und ihr gerne wollt, dass die auch ein bisschen verstört werden, zeigt jetzt eure ganzen Klasse am besten. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht kanntet, kommentiert die Videos, lasst wie gesagt ein Like nach oben da. Ein Like nach oben. Ein Like nach oben, nein. Checkt auf jeden Fall unsere Social Media Seiten aus. Der Flo heißt auf Instagram raffelnneugert. Genau. Das ist deine Mission, Kind. Ich meine, der Flo heißt auf Instagram Flo Westam, ich heiße auf Instagram raffelnneugert. Wir würden uns freuen, wenn ihr da auch noch vorbeicheckt. Wenn ihr das noch nicht getan habt, abonnieren gerne. Und wir sehen uns auf jeden Fall sehr bald schon wieder im nächsten Video. Habt eine geile Zeit. Ich geh mir jetzt dumme Tipps von einem dummen Doktor holen. Oh, ich hab jetzt grad schon Feierabend gemacht. Das ist das Sch***. Bis zum nächsten Mal.